Das Anker Solix RS40 ist im Zweierpack oder als Single-Variante verfügbar. Das RS40 allein kommt mit einem 415-Watt-Panel und dem Wechselrichter aber ohne Halterung daher. Der Preis ist mit 599 Euro etwas niedriger als beim Doppelpack-Set. Beim Set werden die beiden Panels mit dem Wechselrichter verkabelt. Dieser wiederum wird über ein Kabel mit der Steckdose verbunden. Die Solaranlage ist nachfolgend bereit für den Betrieb. Hierfür wird eine App, die in den gängigen App-Stores schlicht Anker genannt wird, benötigt. Die Anker-App ist kostenlos im App- und Playstore verfügbar. Die App funktioniert nur im Hochformat, auch wenn das Querformat durchaus praktisch sein könnte. In der App müssen die Nutzungsbedingungen akzeptiert werden. Im Anschluss wird wahlweise ein Account erstellt oder dessen Daten eingegeben. Anschließend kann die Einrichtung der Solaranlage bereits beginnen. Je nach Smartphone wird man gegebenenfalls gefragt, ob die App mit Geräten in der Umgebung kommunizieren darf. Bei Timweiss nötig, den Wechselrichter manuell auszuwählen. Für die Verbindung ist es nötig, die Standortfreigabe zu aktivieren. Anschließend kann das Routerpasswort eingegeben werden. Die App ermöglicht die Verbindung zum Wechselrichter exakt 90 Sekunden später. Das WLAN-Netzwerk des Wechselrichters beginnt mit MI. Im Test wurde das Wechselrichter-WLAN direkt gefunden. Das Standardpasswort lautet 12345678. Es folgt der wohl größte Stolperstein in der App-Einrichtung. Nachdem die Anwendung mit dem Wechselrichter verbunden ist, soll das Stromkabel eingeführt werden. Die App fragt außerdem, ob die LED am Wechselrichter grün leuchten würde. Nur, wenn dies der Fall ist, geht der Einrichtungsprozess weiter. Allerdings, alle drei Punkte müssen händisch angekreuzt werden. Die App erkennt die vorgegebenen Voraussetzungen nicht automatisch. Kaum ist dies geschehen, kann die Einrichtung abgeschlossen werden. Der Einrichtungsabschluss erfolgt, indem ein Name für den Mikroinverter vergeben wird. Sobald die App eingerichtet ist, beginnt die Stromproduktion. Für jene ist nur wichtig, dass die Panels während dem Aufbau passend in Richtung Sonne ausgerichtet wurden. Ihr habt noch Fragen zu Anker Solix RS40? Dann habt ihr mit in die Kommentare. Mein Name ist Sarah Elisa Ole für die Nerdbench.